Hallo, Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig. Ich habe jetzt jemanden engagiert, das ist Arztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring stehen. Ich bin zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich habe ja Modus freigenehmt. Das war jetzt aber echte Angst. Ich bin Tony Erdmann. Schön, zu sehen Sie. Ich bin Consultant und Coach. Also das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Ich bin doch keine Feministin. Dann würde ich so einen Typen mit dir gar nicht aushalten, Gerald. Ich muss dich verraten. Sorry, Bob, denn mein Vater hat einen dummen Schwer. Willst du mich fertig machen, oder was? Wenn es um ihren Vater geht, dann finde ich nicht der Richtige. Haste, du Dinger, alle! Bist eigentlich ein bisschen glücklich hier? Es schwören jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Was findest du lebenswert? Ja, da muss man das noch machen und dies und dann währenddessen geht das Leben einfach vorbei. Von den Eltern kann man ja wirklich viel lernen, muss man sagen. Ja, da muss man ja auch. Ja, da muss man ja wirklich viel lernen, muss man ja auch sein. Ja, da muss man ja auch track Home. Ja. Da muss man ja auch unter anderem. Vielen Dank.